Wir sind gleich bei uns auf der Bühne um 14 Uhr Super Phonics. Da gibt's Soul, R'n'B und richtig hammerharte Vocals. So wird es uns versprochen. Ich kann Ihnen sagen, das können Sie halten, denn immerhin sind Sie der Vizemeister, ja, so wollen wir Sie mal nennen, der, beinahe wären Sie die HR1-Band im Jahr 2011 geworden. Heute sind Sie bei uns, vielleicht gibt's einen kleinen Soundcheck und um 14 Uhr, also bleiben Sie am besten hier, der Soundcheck verspricht auch schon einiges. Dann geht's musikalisch hier weiter, dann machen wir die Bühne bunt und Sie machen mit uns weiter Gießen bunt. Also, bis gleich. Ladies and Gentlemen! So, Super Phonics. Ich misch mich dabei, ich glaub farblich passt's, oder? Nehmt ihr mich mit auf. Also, ich glaub, ich hab nicht zu viel versprochen. Die Jungs und Mädels legen los ohne Soundcheck, find ich super. Ich hab nämlich vorhin versprochen, stimmgewaltiger Soul, R'n'B und Vocal House. Sie sind der Vizemeister des HR1-Band-Contest 2011 und nennen sich Hessens stimmgewaltigste Coverband. Junge Musiker aus Gießen, die sich innerhalb von sechs Monaten einen richtig großen Namen gemacht haben. HR1 selbst, die versprechen einen super Groove und ich glaub, den lassen wir uns nicht entgehen. Viel Spaß, hier sind Super Phonics. Auf geht's! Das System, in dem wir hier leben, ist ungerecht, tückisch und kalt. Wir könnten uns ein Schicksal ergeben, die meisten Träume werden wir nicht nennen. Wir könnten aber auch die Ausnahme sein, wir suchen das Notenland. Amen, Bruder! Wir geben nicht auf uns und lenken nicht ein. Wir sind Leib und Leib, sind großen Frieder. Denn eigentlich könnten wir uns freuen, eigentlich geht es uns gut. Wir sind umgeben von der Treue, jeder will sieben bis nach vorne. Wir haben, wie sie zufrieden sind und arbeiten täglich darauf hin. Schafft, was ihr neust! Gebt uns kurz all eure Herzen an, doch könnt ihr nicht missen, wer wir sind. Eigentlich ist es brotlose Kunst, doch für uns wird sie das tägliche Brot. Betriebe von Traum, dem einzigen Wunsch, zuletzt was wir lieben bis nach vorne. Eigentlich könnten wir uns freuen, denn eigentlich geht es uns gut. Wir sind umgeben von Betreue, jeder will jeden stoppen. Sehr gut, reduiner ist es! Mach's out the block! Wirst du mir Quelle, mit dir sprudelt? Ich bin schon SPS am Rudelst, die uns nicht operiert hat. Wir haben sie zehn Mitgekläx. Du hast mich leider auf. Ich wollte ihn nicht mehr besucheln. Zwei-Wir-Wir-G-Leib-Jin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin! Es ist ihm klar mit einem Part der Ver certificiert der Verkaufsschm-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin-Chin. Untertitelung. BR 2018 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 Auch wenn ich so aussehe, auch wenn ich diese Farbe habe, heißt das noch lange nicht, dass ich so bin. Und jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, legen wir weiter mit dem nächsten Lied. Ja, 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 ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020